Wo ist denn hier das Audiolid-Büro? Ja, willst du rein? Ja. Ja, komm mal rein hier. Ach, hallo, der ist schon wieder. Wolltest du mal wieder ein Büro besuchen, ha? Na, wie geht's dir seit letzter Woche? Ich hoffe gut, oder? Ja. Sehr gut. Hier, wir im Audiolid-Büro Hamburg-San Pauli. Heute mal aus dem kleinen Außenoffice. Als erstes mal vielen Dank für die lieben Einsendungen und die schönen E-Mails, die ihr uns geschickt habt. Und wir möchten euch jetzt bitten, keine E-Mails mehr zu schicken, nicht mehr anzurufen, denn wir haben genug Leute, die wir mit unseren Stickern bemustern. Also erstmal vielen Dank. Aber jetzt ist leider genug. Wir haben 30.000 Aufkleber rausgeschickt in einer Woche. Das ist echt eine Menge. Aber so eine Aktion kommt sicher wieder. Ich würde einfach mal sagen, heute haben wir euch mal was anderes mitgebracht, denn wir haben ein kleines Angebot am Start. Warte mal her. Cheffe, hier, Kollege, Co-Chef, Mann. Ach so, steht hinter mir. Danke. Danke. Mein Kollege Mauritz wäre auch wieder dabei. Hier machen wir alle Quatsch. Ich habe mal völlig was vergessen. Unter allen Leuten, die Sticker bekommen haben, verloben sie ein T-Shirt. Folgendermaßen. Ihr müsst bis zum 23.04. ein Superbild mit den Stickern an unsere Adresse schicken. Die Adresse kennt ihr schon. Ich schreibe sie nochmal auf. Street Team at AudioLead.net. Hier. Könnt ihr nochmal lesen. Da steht es drauf. Street Team mit AudioLead.net. Einfach hinschicken. Und das beste Foto gewinnt ein T-Shirt. Exklusives T-Shirt von Bratze ist noch bei uns im Büro. Das ist auch irgendwo hinter mir, aber es ist ein bisschen weitläufig hier hinten. Finde ich gerade nicht. Aber egal. Andere Aktionen. Wir haben ein schönes Vinylpaket für euch hier. Ach, da ist es ja auch schon wieder. Das war doch gar nicht ganz Sinn. Das hinten ist das Bratze-T-Shirt. Das beste Bild bekommt dieses Bratze-T-Shirt. Bratze, Zwillinge, ganz exklusiv. Nur für euch. Vielen Dank. Und jetzt komme ich zu dieser Aktion. Vinylpaket. Maxi-Vinylpaket. Eine Maxi von The Dancing. Noch eine Maxi von The Dancing. Eine Maxi von Knopf Rölle. Saalschuss Dancing Split Maxi. Und die Maxi von Dada-Jugend. Das Ganze gibt es ab jetzt exklusiv in unserem Webshop. 20 Pakete für nur 20 Euro plus Versand. Das ist doch mal was, oder? Ja, das kann ich euch heute anbieten hier aus dem Büro. Ich würde sagen, hast du noch was sonst? Oder sonst würde ich es ja nicht sagen. Nö. Dann danke ich euch vielmals für das Zuschauen wieder. Es war mir eine Ehre. Ich würde sagen, ich führe euch nochmal durch das Büro. Damit ihr seht, wie ich hier arbeite. Einmal ist ja mein Mitarbeiter im Büro. Einmal Hallo sagt. Einmal hier. Dann vom Grill. Hier sitzen noch ein paar Mitarbeiter am Rechner. Hier sind die Klos. Hier arbeiten auch noch ab und zu ein paar Leute. Hier hinten. Ich habe den gerade mal ein bisschen freigegeben den Leuten. Die sollen ja auch mal was Gutes haben. Heute ist ein schöner Tag. Und hier wird auch noch ein bisschen gearbeitet. Hier sitzt auch noch ein Mitarbeiter. Das ist auch ein guter Mann hier. Kennt ihr vielleicht schon. Hier hinten ist auch heute mal frei. Das ist gutes Wetter. Die Leute sollen auch mal was anderes machen, um immer noch zu arbeiten. Vielen Dank. Schreibt uns Twitch hier mit Audien und Putney. Vielen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.